Das Aufwärmprogramm ist immer gleich, das zeigen wir euch jetzt. Immer eine Minute lang fünf Übungen. Erste Übung, Lenkposition, Hinterlandspann, Pust raus, Bauernspann, eine Minute lang halten. Nummer zwei, Seitestürz auf der einen Seite, Becken so hoch wie möglich, auch schön gerade wieder. Übung Nummer drei, andere Seite halten, eine Minute lang. Übung Nummer vier, hier Hintern drauf, Ellbogen so weit zusammen wie möglich und die letzte Übung, da stehen wir auf und ihr macht entweder Hampelmann, wieder leise, dass die Nachbarn sich nicht beschweren, das heißt nicht untertrampeln, sondern wirklich ganz mündlich oder wenn ein Seil oder mit eurem Ludo-Gürtel habt, einfach nur Seilspringen. Wieder eine Minute, davon zwei Durchgänge, das heißt in Summe zehn Minuten auf dem Programm und dann könnt ihr mit dem Programm starten.